Wir freuen uns, dass wir uns heute nochmal anbieten. Das Weiß-Konfinale wird euch präsentiert von der AKB. Die Startliste gibt es jetzt nochmal auf unseren großen Fernseher. Und dann eine ganz kurze Frage. Das ist der Siege. Was traut ihr heute vom 1.00 Uhr die Anbieter zu sagen? Die sind natürlich heute der Weiß-Konfinale. Und die sind natürlich heute der Weiß-Konfinale. Jetzt kommen wir jetzt zu einer ganz routinierten Athleten. Hier ist Lisa Rischisch. 4,65 Meter. Im zweiten Versuch hat alles gepasst bei Lisa Rischisch. Und es geht also weiter beim Stabhochsprung. Und es geht weiter mit unserem Spaß an dieser Disziplin 4,65. Und die hat noch mehr drauf, Lisa Rischisch. 3,25 Meter. 1,5 Meter. Da, 5,I-P-T-Z. 2,5 Meter. Und dann noch eins zum kurzen.